Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Pokémon Vollrot und Blattgrün Randomizer Souling Challenge mit Tani und mir. Hi. Wurde mir ist gerade was eingefallen. Können wir hier eigentlich an... Leu, wir können Lavandia auch noch einen Encounter holen, ne? Was? Wie? Warte mal, warte mal, ich muss kurz was gucken, oder? Hä? Ne, das ist Route 12, ich wollte gerade sagen, weil das Route da hat nie auftaucht. Statt schon, das gibt es eine Lavandia dazu. Das Stickwasser unten drunter. Bis das Haus kommt da. Also bis diese Durchgang kommt. Das ist schon Route 12, aber mir fällt gerade ein. Ach, das ist doch ein Witz, ey. Keiner kann zerschneider lernen. Haben wir auf Route 12 eigentlich nur in den... Also können wir hier noch was fangen jetzt hier? Ja. Route 12 können wir was fangen, ne? Wir haben übrigens ein neues Team. Ja, haben wir. Und zwar... Kammerdosen-Team. Ja, Pichu und Karpador. Ich weiß gar nicht, ob ich unten auf der einen Route überhaupt was fangen kann, weil dort braucht man ja den zerschneiden. Ich bin aber keins meiner Pokémon ganz alleine. Was? Meine Counter ist Shiggy. Bitte. Bitte. Du, du, bitte. Das erste Mal, dass ich hoffe, dass du es definitiv auch fängst. Wow. Ein Shiggy, ey. Und was kriege ich jetzt? Ich kann jetzt aber nicht angreifen, das ist Level 5. Das kann ich nicht angreifen. Wo ist du drin? Mein Counter ist... Ja. Ein... Rabautz heißt es, glaube ich, im Deutschen. Bautz. Ich muss überlegen, was das ist. Das ist prinzipiell cool. Ich habe nicht so viele Hypo-Fälle, ne? Oh, es kommt wieder raus, noch einmal wackeln. Ja, Shiggy schwer. Dann fang das mal jetzt, ne? Na, scheiße. Ich glaube, ich sollte gleich nochmal kurz zurückfliegen und Bälle kaufen, ob ich so was gesagt habe. Ja, ich auch. Also nach Fuchsale City und dann wieder auch nach Lavandia. Das Problem ist, ich kann es nicht angreifen, das ist Level 5. Also ich habe mal jetzt gefangen, ne? Es liegt an dir. Ja, ist klar. Ich kann es mit dem Tackle verbieren. Ja, äh, bitte, das ist Level 5, das stirbt. Von Radfratz. Welches Level ist Radfratz? Aus Level 16. Kann Radfratz nicht schon Superzahn bei dir? Superzahn nur. Dass du es nicht so hoch trainiert hast? Ich habe dir... Ich muss noch gar nichts mehr... Überball, das wackelt einmal und kommt wieder raus. Das sieht ganz schlecht aus. Willst du nicht was ins Team nehmen, was paralysieren, vergiften kann oder... Ansonsten hast du später bei den Legenden ein richtiges Problem, die wirst du niemals kriegen, ne? Du musst die paralysieren oder ihnen irgendwas abziehen. Gift oder so. Ich nenne dich mal. Ich weiß, wie ich dich nenne. Ach, zweimal Geld. Ach, ein, ein, ein Insider. So, das ist deine Rolle. Mal gucken, ob ich dich behalten darf. Ach, zweimal Geld. Hier raus, du bist wie... Kann es sein, dass du Shigi unbedingt haben willst? Eventuell. Eventuell. Was kann ich tauschen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Capador, kein Tackle, ist aber schon Level 18. Aber es ist ein Capador. Das könnte es vielleicht sogar... Macht das Tackle denn dann nicht so viel Schaden? Ja, das könnte natürlich sein, ne? Oder ist das... Oder ist das... fratz 16 mit hekel besser ich glaube kaputt macht wie also guck doch einfach mal an was die für für werte haben bei bei angriff wer stärker ist dann weißt du es attack 15 rathratz hat attack 23 ich packe mal kaputt rein und mache einmal tecke ich habe alles macht hekel achtung jetzt kann ich gucken und ich könnte doch einmal teckel einsetzen es ist immer im grünen bereich was kabel ist so scheiße aber wenn ich jetzt kriegte mit kabel ist es weg 15 was ist das hier auch noch gute 15 ich immer ein bisschen scouten das ist auch eine gute 15 rutschen war gute 15 holen kann ja mal gucken oder weil ich habe gerade eh nichts zu tun tani alles gut ja ist alles noch gut oh gott ein jubes zum glück alles klar also neues habe ich vergessen war was habe ich gerade ach so ja hier to her baut also schicke und rabauts schicke und rabauts das ist doch ein gutes du denkmal schicke jetzt noch ein glumander wenn ich glumander fangen würde das wäre so ein ultra wenn du das wenn du glumander noch einmal erwählst was hast du gegen glumander ein counter für route 15 ist übrigens ein nebulak ich guck gleich was auf der nächsten ist moment oh scheiße das ist natürlich jetzt ok welche route bin ich ich bin gerade halt runter geflogen um mir hyperbälle zu kaufen bin da halt einfach mal rechts auf die route kurz gegangen ich bin jetzt immer noch auf route 12 ich renne jetzt runter wie es wohin geht in die route 12 soll ich dann auch gleich erstmal wieder hoch kommen oder wie es wohin geht in die route 12 warte mal ok hier ist route 13, route 14 ich überlege ob ich auch noch kurz zeug kaufen wie ich ob ich auch kurz zeug kaufen du kannst ja auch nach fuchs deine city fliegen und die hyperbälle kaufen dann auch rechts auf die route erstmal gehen ja gut das nebulak ist schwer zu fangen merke ich also das ist rechts auf der route ja rechts von fuchs deine city im hohen gras ist mir eine nebulak entgegen gekommen eine nebulak ich versuche es verzweifelt zu fangen aber es lässt sich nicht so ganz ne also ich hab's gefahren what the fuck ich hab noch 11.000 jen noch 5.000 ein weibliches nebulak ähm ich nenne dich sieglinde linde wie kommst du auf die Namen das fällt mir einfach so ein zack so route 15 hallo route 15 wie geht es dir? kann ich ja schon mal gegen trainer kämpfen? läufst du jetzt rechts weiter oder kommst du von oben nach unten? ich lauf jetzt rechts weiter ähm ein pipi ist das dupes? nein du hast doch schon pipi oder? nein hab ich pipi? hallo okay das ist äh 29 die trainerin hat pflanzen pokemon okay die gleich hier da steht oder was? die ist das mit dem tangela ich erinnere mich an die meinst du gleich die die hier steht? in der kleinen wiese? die kämpfe ich gerade okay okay damn hm volumi nein mach ich nicht level 34 für goldwart auch nordisch ey gesundheit nordisch boah ich hab ja ich hab so ein richtiges in die richtung ordisch eingefangen ey das ist böse also nebulak das ist und pipi und pipi na schau ah haben wir noch zwei einfach unter hier ich würd gern oben das item haben das ist ein potenziellar meisterball ja ich werd erst noch gegen diesen typen hier kämpfen ich kann grad die ganzen äh die ganzen trainer kämpfe hier umgehen die frage ist sollte man das uuuh doodri 28 heieiei ich umgeh die trainer kämpfe ma ich mach die trainer kämpfe dann einfach offscreen zum leveln oder? ja ich kämpfe grad hier gegen den allen vogeltypen der hat nen doodri level 28 ey gibt gut level also ja moment aber wenn du die offscreen machst ne dann bist du natürlich fein raus ach so na gut dann dann mach ich die jetzt ja wie er fünf mal trifft also also ich mach jetzt auch nicht alle aber ein paar wenigstens ja oh der hat fünf mal gewonnen da ist das bitte schräg zurück oh nein nein golbert nicht sterben golbert alles doch gut mein gott man ich benutze mal nen trank oh huuuu alter ach die shit ey ok das gibt aber rund rv oh lass mich raten der hat nen doodri und zwei duis ey möglich bis er so was hat nein vergiftet also er hat echt nen doodri und zwei duis wegfiel jetzt alter ja ein crit ähm ich bin hier noch nen trank oh das linge nicht so gut ja die treffen wir immer so fünf mal ja verfolge ich wechsle nicht aus ey du kannst aber vergessen ich töt dich jetzt zack ach so er dachte ich würde auswechseln weil ich eben low kp bereich bin ja gar nicht schlechte kai muss ich sagen ja gute taktik jetzt will ich aber dieses item da haben alter ok trainern ausweichen ha ist das schon rote flänzen hier jetzt weiß ich es gerade nicht ich glaube nicht ne ne also ich hab hier noch nichts jetzt mitbekommen nein ich brauch zerschneiden um zum item zu kommen lecker gut kein item für mich gute warte mal das hier ist gute 14 das heißt hier oben ich muss mich durch die typen durchboxen weil ich keinen zerschneiden habe um zum hohen Gras zu kommen glaube ich da oben war glaube ich hohes Gras genau gut ich kämpfe mich zum hohen Gras auf gute 14 nice gegen diesen Biker hier ein Koffing tiny hast du auch ein Koffing nein habe ich nicht warum nicht ich finde jeder sollte einen guten Koffing haben so ich guck mir jetzt mal an was das item ist wo der gute Blut nicht hinkommt ja oh mir ist aber jemand wieso kann eigentlich kein Fokon hier irgendwie zerschneiden das ist auch ne Frechheit ey das ist natürlich die große Preisfrage oh Pikachu jetzt gehts ab ey igamigam das ist natürlich nice ähm 55er Stärke 95 das hat sich genau oh was Flutschleiß besser wie Erkater was kommt jetzt noch ein Raichu ähm ja ja Raichu ist doch interessant die hat ein Raichu ja und erstmal heilen von der Paralyse oh oh ey weh mein Starter komm das das geht nicht stopp was 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 ist der Starter nicht Flug warte was machst du da ich kann wow oh nein ich hab schon wieder Angst ey das kann jetzt richtig das kann jetzt richtig böse nach hinten losgehen kannst du nicht auswechseln heilen irgendwas nicht sterben ja es war ein Crit wenn er das nicht nochmal critet kann ich mich versuchen zu heilen das Problem ist auswechseln kann ich wohl nicht du bist immer als erster dran beteil ne ja ja aber wenn ich es ja nicht auswechseln das Problem ist alles zu wem ich wechseln könnte wäre wahrscheinlich so gut geworden das könnte jetzt richtig böse sein du 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 machst das schon du machst das schon ich hab da vollstens vertrauen ja wenigstens einer ähm ne Hyper Potion da bin ich gleich komplett voll alter nutze ich jetzt mal treff das Vieh halt nicht mehr doch Donnershock ok Donnershock macht nicht viel oh danke das war ich hab gegrittet oh juhu ich hab gegrittet das war knapp ich werde auswechseln und dann guten Tag guten Tag oh oh und es ist ein dem 2 ich bin schon wieder vergiftet ihr wollt mich doch alle fragen schlaue ich hab dragonclaw gekriegt jetzt treff ich den nicht Leute 1 hallo nein ähm Gefahr 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 die Gefahr ich treff das nicht mehr ich bin am Arsch ich bin am Arsch auswechseln Alarm das Slyvog macht mich richtig hartfällig Alter what the fuck ja gut ich hab ein Problem ne ich kann nix einwechseln das Problem hatte ich auch gerade ist ja eigentlich nur hat halt noch ein HP oder so ist hier schon wieder irgendwo ein neuer Encounter ja da wo ich mich ja gerade versuche hinzubatteln bei den ganzen Bikern jetzt hat er schon wieder ich muss ich hab echt ein Problem ne der macht mich grad richtig hartfällig was ist mit nutzlos verbunden was ist nutzlos warte ich wechsle auf Dudu das wird er nicht one shotten können ähm ich geh mir auch nicht den nächsten Encounter holen Dudu Dudu leeebe Dudu ist fast tot aber Dudu hat überlebt wow ja aber ich dachte eigentlich ja gut Dudu ist auch fast tot der wreckt mich komplett Dudu hat doch zwölf Kapionis vergiftet das Problem hatte ich jetzt gerade mit Kraychoo wo ich dachte das wäre das jetzt gewesen also wir müssen echt Level nach der Runde hier und ganz dringend Level bitte irgendwas Gestein mäßiges bräuchte ich halt das wäre geil uh ich muss doch die erste Coverdruck entwicklen Alter ist das gefährlich hier oh er macht weiter Minimize das ist so behindert ey ich treff ich ich treff ihn halt nicht mehr ne ich kann ihm keinen Schaden machen er ist er ist nicht mehr treffbar das ist sehr ungeil ja oh Golbert du bist ein König ey Alter holy shit ey ich flieg dann mal zurück also Dudu wär fast gestorben ok meinst du das Slimer was ich nicht mehr treffen kann gerade es war ein Slime-Mock ok ich hab ein Slimer was das gerade macht ja danach kommt vielleicht noch ein Slime-Mock gleich mal ein Zweck ey wie behindert war das Ding gerade ey wir wollen doch noch die Encounter mitnehmen ich könnte mir den Encounter jetzt holen kommst du da oben hin? du musst doch den ganzen Balkan vorbei wenn du rechts langläufst bist du gleich oben lol ich bin hä ja aber du musst natürlich zerschnallt oder ich bin Trainer gelaufen zerschnallt hab ich doch schon ja aber ich halt nicht ne das ist mein Problem ich komm da halt nicht hin also dann kann ich mir den Encounter nicht holen ja ich muss mich halt erstmal durchkämpfen das dauert halt hast du denn ein Pokémon mit zerschnallt nein eben nicht dann brauchen wir ja uns nicht dorthin kämpfen gerade ja doch ich muss mich ja dort das ist ja ein Encounter ich muss mich ja dorthin kämpfen ja aber wenn du doch keinen zur Schneider hast kommst du doch gar nicht ran wieso das ist doch einfach so ne Wiese oder nicht nein du brauchst einen zur Schneider um da ran zu kommen hä ernsthaft ja dann haben sie es komplett abgeändert wenn ich nach den Bikern hochgehe wie sieht das aus wenn ich jetzt bei den Bikern hochgehe dann hast du sowas wo du runter springen kannst und links da ist nur eine kleine Lücke wo du halt zu sein einsetzen kannst ja und wenn ich da weiter hochgehe dann hast du ein Stück Wiese das irgendwo eingeschlossen ist und da komm ich so nicht dran oder wie nein du brauchst zur Schneider um da rein zu kommen in die Wiese ja dann nehm ich grad noch ein Pokémon mit oder so wir haben ja noch ein paar Minuten ich bin ja halt in der Stadt quasi Junge ah Gott äh dann muss ich grade ein Pokémon halt raus tun ich tu mal das Pichu grade auf die Box also ja ich äh Garadas nicht aktiv benutzen wäre gut ja das mach ich sowieso grad noch nicht ich steh vor der Wiese und warte ich hab Garadas oh yeah Garadas das will ich unbedingt level das ist so cool Flugwasser das können wir schon überfliegen lernen ähm Vm Gott komm gerade mit deine Dienste werden benötigt ähm so ich komme nee wie kann ich die denn am besten umgehen die die da jetzt kommen einfach rechts einfach rechts an den Bäumen ne ok ähm wen hab ich jetzt vorne immer noch sauge ok von dem hab ich ja schon gekämpft hui das war knapp so rechts an den Bäumen entlang jup hä dann komm ich da auch gar nicht hin hä ja oben sind sie auf der Seite wo die Biker sind rechts an der Baumkante entlang mhm ok ich hab's geschafft das ist Route 14 ne mhm möglich soll ich mal gucken was mein Encounter ist ja ich kontrollier grad aber ob das wirklich Route 14 ist wo wir gerade sind hoffe doch ja mein Encounter mein Encounter ist ein Wulpix ah Wulpix ok einfach nur Wing Attack was ganz leichtes oh warte mal ein ganz schwaches Wulpix oh ist im roten Bereich war super nein warte mal ist das ein Dupes was warte mal ich hab ein Kindwurm ich hab doch die Weiterentwicklung schon ja du hast die Weiterentwicklung gefangen warte mal ich muss mal gucken ob das wirklich oder vertue ich mich da an ähm du hast die Weiterentwicklung gefangen glaube ich oder? ja ich muss mal ich guck mal hier gerade ähm ich hab's gefangen Wulpix Kindwurm nicht dass ich mir hier gerade vertue ja ich hab die Weiterentwicklung bereits also darf ich Kindwurm nicht fangen ah Wulpix ist selbst also ähm such ich hier nochmal ne ja weil da ich die Weiterentwicklung schlaube habe ich den Wulpix ein Goldini so haben wir noch was wieder geschaffen Erfolge oder Encounter wir haben es immer alle gefallen wir haben sogar noch einen Encounter oder ne noch weiter oben gerade hoch einfach ja aber da sind halt Trainer ne ja alles voll oder wir versuchen uns äh von 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 der anderen Seite zu nähern hm wieso kann ich dieses Goldini nicht mehr vergiften jetzt ist es vergiftet sehr gut ja dann würde ich sagen machen wir das in der nächsten Folge oder der letzten Encounter nein da ist ein Trainer dann machen wir aber dann also hier nach das große Off-Screen Training erstmal ja das würde ich trotzdem machen ja ja na klar das heißt Anfang der nächsten Folge ja dann 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 da machen wir aber erst äh Koga würde ich sagen und dann holen wir uns den Encounter auf dem Weg nach Dings hier ne ja denke ich doch würde ich vorschlagen ja doch 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 so Goldini würdest du jetzt bitte mal in diesem Ball drin bleiben Dankeschön alles klar Goldini und Wulpix ne mhm cool Goldini und Wulpix wie nenne ich dich denn ich nenne dich ähm ähm schon 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 wieder weiblich ähm ähm okay dann fliege ich glaube ich einfach zurück nach ja ich ich auch ich komme auch gleich mit na ist Möwi Level Up super Go Möwi Go Möwi ja gut das heißt nächste Folge hier kloppen wir Koga um ich werde mal gucken dass ich vielleicht so ein Level oder so unter Koga bleibe weil er hat ja noch die ganzen ach ja stimmt äh bedenke ne seine Vortrainer sind halt Psycho oh Psycho ist ungeil also die meisten Vortrainer haben sowas wie Hypno oder so Hypno ist böse und er selber ist halt ein übelster Gifttrainer und er arbeitet mit Toxin oh nein wieso Toxin ach ja stimmt ähm mein Vm Gott du kannst mal bitte wieder auf die Box gehen so dich ähm möchte ich nicht hoch trainieren nein ich will heilen ja gut dann werden wir uns wieder beendet der Folge angekommen ähm ach ja stimmt Ampharos hatten wir ja rausgenommen ja dann würde ich sagen äh das große Offscreen Training kann für Kugas Arena beginnen danach auf Weg zu Sabrina noch den Encounter mitnehmen und dann kommt das berühmtes Hilfscope Gebäude mit einem sehr schweren Rivalen Battle also finde ich zweimal so im Salah ja Oha gutes Training für Sabrina bei dir mhm hab bitte Angst vor vor dem Kampf hab ich echt ein bisschen Wange im Silfscope ja weil zweimal so im Salah mein Molot ist weg es ist ein bisschen ungeil ja Unlicht ne du brauchst Unlichtattacke mhm also Biss wäre zum Beispiel was ja Biss oder dieses Chief was du hast dann werde ich dann werde ich mein äh mein Garados hoch trainieren ja das äh kann man machen ja Garados mit Biss ist natürlich äh ultra gut weil einfach so schön wie der Match ja wobei bei Garados musst du dann gegen sein Koko bei natürlich aufpassen wobei da ist auch alles gut äh ja wobei geht eigentlich sehen wir dann ja dann bis zur nächsten Folge tschüss tschau